Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich sage es jedes Mal, es hat länger gedauert, es wird besser und es wird nicht besser. Ist ähnlich wie in der Arbeit, wenn ich behaupte, es wird besser, aber die Arbeit kann ich leichter hinhalten. Das Problem ist tatsächlich, meine Frau hat das Wohnzimmer umgestellt und mich somit eigentlich meiner letzten Präsentationsplattform beraubt, bevor ich nicht mein Arbeitszimmer auf Vordermann bringe. Ja, aber da kommen wir auch schon zum Thema heute, Frauen, nämlich zu Snake Tealer. Eine 2000X Variante, wenn man so möchte, die ich damals, also die kam mir im Cartoon vor, wisst ihr ja eh alle, brauche ich euch nicht erzählen. Sie kam dann als SDC-Exclusive raus, habe ich mir nicht geholt, habe sie neulich mal zu einem guten Preis im Internet gesehen, habe sie dort auch nicht geholt und kam, finde ich, jetzt von den Origins als wunderhübsche Figur raus. Ich finde die wirklich wunderhübsch und bin gespannt, wie sie in der Hand liegt, wenn ich das so sagen darf. Wir haben hier das übliche Snakeman, die Snakeman-Verpackung, den Snakeman-Blister, die Karte eben, ja, ich wüsste, was ich meine, ja, brauche ich auch nicht erklären. Und ja, ich habe vielleicht kurze Anekdote. Ich habe die Figur viermal bestellt, weil sie zuerst sich verspätet hat auf Amazon, dann habe ich sie bei Smith entdeckt und dann unabsichtlich mehrfach bestellt und heute ist der letzte Tag der Retoure und deshalb nutze ich die Zeit gleich, dass ich jetzt mal die Figur auspacke und die anderen zurückschicke. Gott sei Dank, hoffentlich klappt das, weil es regnet und ich mag eigentlich nicht rausgehen. So, kommen wir zur Rückseite. Hier sehen wir Snake Tealer im Angriff, oder weiß ich nicht, ja, sie stürzt sich, sie stürzt sich auf Snake-Armor He-Man, es wird wohl nicht aus Liebe sein, wage ich zu behaupten. Und im Hintergrund sehen wir King His in seiner Schlangengestalt. Ja, hier das Action-Feature, sie darf ein Schwert halten oder eben hier einen Schlangenstab. Gut, den Snake Trooper habe ich schon hergezeigt, auch King Rando hat noch der Dinge und Slammer Rye, ja, der war so kurz zu haben. Ich schaue mal, wann der auftaucht, den habe ich ja von den Classics. Ja, ein nettes Repaint. So, dann mache ich mal kurz hier die Verpackung auf, mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder und ich finde sie echt toll. Ich finde diese Bemalung ein Wahnsinn. Ich finde sie so toll, einer der tollsten Figuren bei den Origins oder überhaupt die tollste Snake Tealer, die es, finde ich, je gegeben hat. Ich finde das ganz, ganz großartig. Ich weiß nicht warum, ja, vielleicht werden hier irgendwelche Abgründe offenbar, aber das ist eine wahnsinnig tolle Figur. Und ich konnte mit der Variante ursprünglich nicht allzu viel anfangen, wie sie sich 2002, 2003 etabliert hat. Mittlerweile gehört sie zum Motokanon für mich. So kann sich die Zeit ändern. Na gut, 20 Jahre sind ja auch genug Zeit, um sich darauf einzustellen. Ich meine, die Äuglein, diese Giftszähne, meine Tochter würde jetzt sagen, ich bin eine Giftschlange jetzt. Die beißt mich jetzt immer und spielt Giftschlange. Hier sieht man ihren Pferdeschwanz. Da dachte ich zuerst, man kann den bewegen, ist aber nicht so. Hier hinten kann man das Schwert hineinstecken. Und wie gesagt, also fulminant, fulminant. Also wenn, ehrlich gesagt, Lady Slyther, auf die freue ich mich ja auch wahnsinnig, schaut nicht so geil aus von der Bemalung wie die Tila. Ja, großartige Figur, großartig. Also das ist, ich weiß ja nicht, wie lange es die Origins noch geben wird. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, aber großartig. Also das macht Bubenträume, Mastersträume wahr. Ja, absolute Kaufempfehlung. Und jetzt schauen wir es noch ganz kurz. Ich werde es aber nicht vorlesen, weil ich scheite immer maximal, beziehungsweise habe ich ja, glaube ich, das Heft hier auch schon mal hergezeigt, ja, vorgezeigt, vorgelesen. Beim Snake Trooper natürlich, ja. Beim Snake Trooper und natürlich auch ohne Sprechblasen. Ja, gut, das schenke ich mir jetzt natürlich, ja. Das vielleicht, ich habe keine Version mit Sprechblasen, ich überlege gerade. Nein, aber kann man ja eher alles online nachlesen, wisst ihr eh, ja. Aber wie gesagt, absolute Kaufempfehlung, wirklich tolle Figur und ist wahrscheinlich in der Wave, die Wave finde ich überhaupt recht stark, fand ich schon, wie sie angekündigt wurde, und ist für mich die stärkste Figur der Wave. Platz 2 teilen sich Snake Trooper, King Rando, würde ich sagen, Ex-Equo und Slamm-A-Rai ist mir aufgrund des gleichen Kopfes wie Ninjua einfach zu wenig, aber trotzdem eine wahnsinnige Wave, ja. Ich freue mich auf mehr, bis zum nächsten Mal, dauert nicht mehr so lange, ja, kann sein, dass es demnächst aber wieder Mädchenspielsachen gibt, ja. Ich sage nur, miau, 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 miau. Okay, bis zum nächsten Mal und sammelt weiter. Tschüss.